Jeden Sonntag im Advent lohnt es sich besonders aufzustehen. Denn wenn es draußen schneit, beginnt die Abenteuerzeit. Jeden Adventssonntag ist einer eurer Freunde für euch da. Freut euch auf viele spannende Abenteuer, große Überraschungen und ganz neue Geschichten. Echt brülltastig! Oh Junge! Wursch! Die Adventsabenteuer im Disney Channel. Mickey Mouse Wunderhaus im Disney Channel.